Peter Sloterdijk hat mal so schön gesagt, er hat die Meinungsforschung und die Meinungsforschungsinstitute kritisiert und er hat gesagt, man sollte, das ist eine Meinungsdiktatur, was die inzwischen veranstalten, und man sollte die ganze Meinungsforschung ja nicht direkt abschaffen oder eindämmen. Und ich bin geneigt, dem Herrn Sloterdijk da wirklich also recht zu geben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mich, oder? Mich nervt es ganz gewaltig. Dieses fortwährende, demoskopische Meinungsbildungsgeschwätz, was Sie jetzt angeblich wieder Wichtiges herausgefunden haben. Was habe ich neulich gelesen? 52% der Deutschen glauben, dass die Preise steigen werden. Und? Es ist völlig wurscht, was Sie glauben. Die steigen auch, wenn Sie es nicht glauben. Im Gegenteil, mancher Einzelhändler liest es und denkt sich, wenn es alle glauben, heben wir doch mal die Preise an. Ja? Glauben, glauben, was soll das für einen Sinn machen, glauben? Glauben Sie, dass nächstes Jahr um diese Zeit die Sonne scheint? Höh! Aber das Tragische ist, wenn 70% an Regen glaubt, dann sagt unsere Kanzlerin sofort, oh, 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 da sage ich es aber lieber nichts über die Sonne. Immer dieses Meinungsforschungs-, ich warte auf den Wahlabend, wo die Meinungsforscher mit ihren Wahlprognosen wieder völlig daneben liegen. Ja? Und ich dann hinstelle die Experten und sage, die Prognosen sind richtig, das Wahlergebnis ist falsch. Ja? Ja. Und mich hat neulich auch einer angerufen. Das war ein Meinungsforschungsinstitut. Die rufen ja immer an, hätten Sie mal eine halbe Stunde Zeit. Ja, ich habe mir die Zeit genommen. Und dann habe ich von allem, was ich wirklich denke, habe ich immer das genaue Gegenteil gesagt. Ne, ich, hören Sie, diese Meinungsforscher-Entschuldigung. Und die Politik lässt sich von der Meinungsforschung vor sich hertreiben und ist dumm genug, keinen Widerstand zu leisten. Ne, ne, ich sage Ihnen, und wissen Sie, was auch komisch ist? Dass es noch überhaupt keine Meinungsumfrage gegeben hat, was die Leute von Meinungsumfragen halten. Also, liebes Demoskopengesindel, das wäre mal eine Aufgabe. Mein nächster Gast kennt sich sehr gut aus mit der Meinungsforschung. Er ist Statistikprofessor. Er weiß, wie man manipuliert, wie man lügt mit Zahlen. Und von ihm stammt der schöne Satz, Politiker halten sich an der Statistik fest wie ein Betrunkener am Laternenpfahl. Ja, schöner Satz, oder? Begrüßen Sie bitte von der Fachhochschule Rehmagen, also von der Außenstelle Konstanz oder Koblenz, was weiß ich. Von der Fachhochschule Rehmagen, begrüßen Sie bitte Professor Gerd Bosbach. Herr Bosbach, bitte nehmen Sie Platz. Ja, Herr Bosbach, Sie haben ein sehr schönes Buch geschrieben, das ich hier gerne bewerben möchte. Lüchen mit Zahlen. Lüchen mit Zahlen. Und das öffnet einem wirklich die Augen. Und Sie haben ja lange gearbeitet am Statistischen Bundesamt in Bonn, haben Politiker und Funktionäre mit Zahlen versorgt. Ich habe Sie beraten. Beraten, die kamen dann und haben gesagt, Bosbach, gib uns mal Zahlen für unsere Vorurteile. Genau, Sie haben es gut beschrieben, Sie haben das Buch verstanden. Was war das dreisteste Beispiel? Das dreisteste Beispiel war, als jemand 1990, gerade als die Grenze geöffnet wurde und halt große Wanderungsbewegungen waren, da wollte er wissen, wie im Jahre 2020, wie viele Rentner in jedem Bundesland leben, in allen EFTA-Ländern. Das war relativ dreist angesichts der Bevölkerungsbewegung, die es zu dem Zeitpunkt gab. Es gab auch diesen, habe ich gelesen, den Buch dieser Ärztefunktionär, dem Sie in drei Wochen zweimal genau das Gegenteil bewiesen haben. Das hat mir gefallen. Ich hoffe, der ist jetzt nicht anwesend, aber er brauchte halt zwei verschiedene Darstellungen. Er musste halt einmal jammern, als er zum Gesundheitsministerium kam. Jammern darüber, dass... Also so nach dem Motto, wir Zahnärzte haben schon genug geleistet, also bitte, jetzt sind mal andere beim Kostensparen dran. Naja, und dann wollte er unglücklicherweise drei Wochen später wiedergewählt werden von seinen eigenen Kollegen. Und da macht es sich schlecht, wenn man sagt, bei uns ist gespart worden. Und wir haben dem halt alles beides bewiesen. Mathematisch exakt. Beim ersten Mal, dass sie weniger haben, die Ärzte, beim zweiten Mal, dass sie mehr haben. Genau, genau. Das ist gar nicht schwer. Das ist überhaupt nicht schwer. Wir müssten nur die Zahlen auflegen, dann könnte das hier jeder, meine Studenten brauchen maximal fünf Minuten, um diese Aufgabe zu lösen. Man muss nur den richtigen Ansatz wählen. Ja, jetzt habe ich wieder so eine schöne Statistik gelesen. Da können Sie mir aber sagen, dass jetzt Euro-Rettung und so weiter, Griechenland, Portugal, wir sind die Zahlmeister Europas, die Deutschen. Ist das jetzt wieder ein Statistiktrick? Oder stimmt das, oder stimmt es nicht? Das stimmt sogar, wenn man sehr, sehr eingeschränkt denkt. Wenn man nur auf die absoluten Zahlen der Einzahlung guckt, dann stimmt das. Wir vergleichen uns mit Malta, wir vergleichen uns mit Österreich. Und tatsächlich, wir bezahlen mehr als Malta. Das wundert Sie. Ja, und damals bezogen auf Wirtschaftsleistung. Oh, der ist klug, der ist clever, der Mensch. Ja, klar, die absoluten Zahlen sagen natürlich im Vergleich nichts. Gar nichts aus. Man muss die relativen Zahlen in Bezug auf die Bevölkerung oder in Bezug auf die Wirtschaftsleistung, was zahlen wir in Bezug auf die Bevölkerung? Und da sind wir Platz 6, glaube ich. Und bezogen auf die Wirtschaftsleistung sind wir sogar im unteren Mittelfeld der Euro-Staaten. Da führen ganz andere Länder. Aber der Trick ist alt. Den hat man bei den Asylbewerberzahlen damals schon gebracht. Wir, das größtbetroffenste Land, ja, weil wir die meisten Leute in Deutschland haben. Also auch da zahlmeistermäßig würden Sie sagen, keine Panik? Ja, die Frage ist, wo das Geld hingeht. Also wir sagen ja immer, wir retten Portugal, wir retten Irland. Wenn Sie dann mal gucken, wer das Geld dann von Portugal bekommt, glaube ich, dass wir indirekt eher unsere Banken retten, die halt das Geld geliehen haben, doch schöne hohe Prozentsätze abziehen. Und anschließend, wenn das Land nicht mehr zahlungskräftig ist, dann zahlen wir. Aber das passt ja gut. Wir haben ja auch während der Finanzkrise gut den Banken unter die Arme gegriffen. Ja, ja, wir retten die ja immer, ne? Ja, weil wir Mitleid haben. Ja. Ja, jetzt sind in Ihrem Buch viele schöne Tabellen. Ich hole mal gerade das Flipchart her, dass wir das mal zeichnen können. Das Flipchart, ich möchte die Meinungsforschungsinstitute noch retten, ganz kurz. Das Wort? Die Meinungsforschungsinstitute würde ich retten. Mit einem amerikanischen. Das amerikanische Meinungsforschungsinstitut hat festgestellt, dass zwei Millionen Amerikaner tatsächlich Glaubende tätowieren. Wären sie intelligenter. Also, ich denke, das ist doch eine wichtige Aufgabe. Ja, das passt in die Liste. Jetzt passen Sie auf, Herr Bosbach. Aus Ihrem Buch. Kommen Sie rasch daher, dass wir uns das zusammen anschauen. Jetzt ist die Vorlesung, wo wir uns das so haben. Die Panikzahlen seit Jahren Kostenexplosion im Gesundheitswesen, ja? Wir sehen, wie das immer raufgeht. Das habe ich jetzt aus Ihrem Buch genommen. Denkt man, ja, das geht ja wirklich nicht. Und jetzt haben Sie eine andere Statistik in Ihrem Buch. Nicht verraten. Ja. Stellen Sie mal vor, Sie sind Politiker. Ja. Und Sie erzählen mir, deshalb müssen wir halt schon mal wieder halt die Beitragssätze in die Höhe tun. Dann frage ich den Politiker ganz nett, könnten Sie nicht mal die Grafik auflegen, wie die Politiker-Diäten in der Zeit sich entwickelt haben? Wie von der Tarantel gestochen, also ich habe es zweimal ausprobiert, erfolgreich. Herr Bosbach, so dürfen Sie doch nicht denken. Und ich, unschuldig wie ein Lamm, warum nicht? Ja, ganz einfach. Nummer eins, seit 92 sind doch die Preise gestiegen. Und die müssen doch ausgeglichen werden. Nummer zwei, seit 92 ist der Wohlstand in Deutschland gestiegen. Und zwar fast um 30%. Sollen wir daran nicht auch Anteil haben? Und ich sage ja. Aber warum kreiten Sie das dem Gesundheitswesen an, dass es mit den Preisen und dem wachsenden Wohlstand steigt? Und dann passt nämlich die, wenn man das jetzt praktisch, ist das dann inflationsbereinigt, die Entwicklung in Gesundheitskosten? Das ist das Anteil am Bruttoinlandsprodukt, also an dem Wohlstand, den wir produzieren. Und wenn man sich das mal anguckt, ist es gar nicht mehr so tragisch. Aber da wird der Herr Henkel bestimmt jetzt widersprechen. Da werden Sie jetzt mit dem Messer auf die Bühne hüpfen und sagen, Großbach sei still. Also Sie sagen, es gibt überhaupt keine wirkliche Explosion. Sie haben mich jetzt irritiert. Wieso? Ich durfte nicht drauf gucken. Ach so. Ich würde jetzt lieber einen direkten Sprung machen. Ich weiß nicht, ob Sie da vorbereitet sind zum Hüpfen. Soll ich das weg tun? Ich weiß nicht, was Sie noch dabei haben. Ich hab's noch. Sondern es geht nicht um die Preisbereinigung alleine. Nehmen wir das mal. Sondern es geht um den Anteil am Wohlstand, den wir für die Gesundheit ausgeben. Und der ist seit ich denken kann ungefähr zwischen 9,5 und 10,5 Prozent. So viel geben wir von den Produzierten für Gesundheit aus. Also von Kostenexplosion keine Spur. Keine Spur. Sie sind so der Mann der guten Nachrichten. Ja, das gefällt mir. Jetzt hab ich hier noch was aus Ihrem Buch. Was ist hier die Lüge? Es geht um die Erhöhung des Kindergelds zwischen 98, 2000 und 2002. Auch ein typisches Beispiel, wie mit so Tabellen doch manipuliert wird. Wo ist da der Hund begraben, Herr Professor? Also Grafik, schneller Blick und Sie glauben direkt, oh, das Kindergeld ist explodiert. Klasse. Da fehlt einiges. Es fehlt das Ganze, was hier unten ist. Nämlich hier sind 100 Euro, die 0 bis 100 Euro fehlen. Und wenn Sie sich das vorstellen würden, dann wäre das Wachstum schon deutlich kleiner. Dazu wird noch ein optischer Trick angewandt. Man hat hier die Fläche vergrößert, indem man die Höhe und die Breite vergrößert hat. Also wenn es verdoppelt würde, wird durch die Flächendarstellung der Eindruck vervierfacht. Und unser schneller optischer Eindruck sagt, klasse, das ist explodiert. Wobei hier würde ich den Fälsch herausschmeißen. Das ist so offensichtlich, dass das Kindergeld nicht von da nach da, dass man der Lüge schon nicht mit glauben kann. Da hat wahrscheinlich der Gutenberg gemalt. Ich glaube, der war noch da drin. Ja, der war noch drin. Ja, nur zwei kleine Beispiele. Ich trage es wieder zurück. Und wir setzen uns wieder. Eine Frage hätte ich noch, bevor ich gerne Ihr Buch noch mal empfehle, wenn Sie mehr wissen wollen. Sind Sie schon verklagt worden von den Herrn Sozialwissenschaftler Meinhard Megel, Herrn Rürup und Herrn Raffelhüschen? Weil das sind ja alles Befürworter der privaten Rentenversorgung und Vorsorge. Und Sie schreiben in dem Buch auf Seite 248, diese Herren sind leicht als eigennützige Lügner zu entlarven. Also Miegel, Rürup und so weiter, Lüchen. Also ein Beispiel von Herrn Miegel. Herr Miegel hat mit der Bild-Zeitung ausrechnen lassen, wie viel ein Deutscher, der 2040 geboren wird, während seines Lebens einzahlt, in die Rente nachher ausbezahlt bekommt. Also nehmen wir mal 100 Jahre lebt er bis zum Jahre 2140. Herr Miegel hat den Weitblick mit 130 Jahren, hat bei seinen Rechnungen aber die Produktivitätsentwicklung gar nicht mit berücksichtigen können. Und das ist vielleicht juristisch keine Lüge, aber inhaltlich ist das Blödsinn, sondern dergleichen. Und er macht das ja nicht uneigennützig. Er verkauft ja die Altersvorsorge, das Interesse an der privaten Altersvorsorge. Weil er im Institut... Er hat sehr lange an diesem Deutschen Institut für Altersvorsorge gearbeitet. Und wenn Sie sich die Finanziers da angucken, wissen Sie auch, wer es Brotig ist, das Lied ich singen. Ja, zum Beispiel der Raffeltüschen ist Aufsichtsrat-Mitglied bei der Ergo-Versicherungsgruppe und Berater der Viktoria-Versicherung. Steht im Buch. Und deswegen propagiert er auch so die private Rente, sagen Sie. Aber der Rürup, wissen Sie was? Also es ist nicht ganz klar. Also es gibt beide Seiten. Die einen kriegen Geld für das, was sie sagen. Und die anderen für das, was sie nicht sagen. Und nun die anderen sagen einfach was und da erkennt jemand von denen, der davon profitiert, boah, den brauche ich. Und dann finanziere und fördere ich den. Übrigens, es gab noch keinen, der mich fördern wollte. Ja, aber für mein Patenkind sind Sie zu alt. Und zu männlich. Vielleicht lasse ich mich ja von Ihrem Patenkind fördern. Wissen Sie was? Der Herr Rürup hat, glaube ich, mal gesagt, wer einen Zusammenhang sieht zwischen seiner früheren Tätigkeit als Förderer der privaten Altersversorgung und seiner jetzigen Tätigkeit bei Marschmeier, da hat er, glaube ich, gesagt, wer sich so etwas ausdenkt, hätte ein krankes Hirn, wer da einen Zusammenhang sieht. Und ich denke mir, wer da keinen Zusammenhang sieht, hat vielleicht gar kein Hirn. Man weiß es nicht. Herr Busbach, ich möchte noch mal Ihr Buch sehr empfehlen. Ich mache wirklich da aus blanker Überzeugung Werbung. Es ist sehr einfach, auch sehr verständlich geschrieben. Auch ich habe es verstanden. Herr Professor Busbach, ich danke Ihnen für Ihren Besuch. Vielen Dank. Professor Busbach, danke schön. Herr Busbach, Karte, welchen läuft die? Gido? Gido oder? Ich stehe auf Frauen. Er nimmt die Brigitte Homburger. Dankeschön. Ja, Herr Busbach. Applaus Oh. 軽 mir geht das hier. karte. Vielen Dank.